In was G-G-G-G-G Man hört bei mir jedes mal ZWEI EINS G-G-G-G-G BATTERIE Guck mal was hier ist Eine Weitung BATTERIE Willkommen zu einem guten Tag Ich glaube irgendwie reicht nur eine große Windturbine Ja aber auf Auf Eistlanet wo sehr hoher Wind ist Werden wir da da werde ich ja so viele dinger machen aber da reicht auch eine gefühlt ja ich weiß oder oder wollen wir so machen ich verpackt und dann nehme ich die mit um die alien station zu aktivieren auf was für eine fläche passt sie auf so eine forschungsstation auf seine forschungsstation ja ich habe gedacht dann muss einfach an die seiten zwei mittlere windturbinen du weißt schon dass ihr noch irgendwo ein sauerstoffkandensate muss wir müssen ein bisschen aneinander rücken das muss was die dinger müssen bisher aneinander was muss denn hier noch hin sauerstoff ab sind absurde schon dass da man dafür eisen brauchen wir hier keine eisen haben ja wieso ist ich kann das ding ich hochheben wofür machst du das dafür was müssen wir denn hier noch hin machen vielleicht müssen wir sauerstoff kondensieren ja aber nein doch nein doch was gibt es denn hier für sachen das glaube ich jetzt nach nein es gibt wasserstoff argon und stickstoff hast du überall woanders jetzt so wasserstoff jetzt oder was dann überall gibt es andere sachen auch und auf glas ist egal wer hat das auf jedem planeten gemacht hier mache ich es auch dann auch damit das ist was ist sichtiger muss es schmelzen aber das ganze zink auf gott verdammt ja ich habe sagen aus dem links dort glas es große batterien sind ein segen heute ein bisschen lithium bin der lithium mann hier lithium na wir haben genug lithium nein wir haben zwei die ziel auch hier drei das ist perfekt guck's an und wenn ich noch eins das ist das lithium kochen da passt perfekt wenn nur eins im inventar ja das reicht wer schneller fährt ich welcher drucker der große ob der ja so schlecht hier nimm du denn der gar hier ganz gemacht ob die krank das ding ist einfach die große wind turbine reicht gar nicht wenn fast alles an ist ganz gibt es geht leer sechs aber ach so die arbeitet nicht deswegen jetzt arbeite ich habe jetzt eine jahle voll ich kann ich bedacht da kann ich meine erzweck nehmen ja kann ich kann ich auch machen dann kann ich meine batterie dafür hinlegen wir schmeißen das ganze zink weil daneben er hat sind geschmolzen ist schon mit auf den nächsten dann mache ich noch zwei mittelgroße wind turbine oder warte ich will mal gucken was man mit hydrazine jetzt mach ich was sinnvolles doch ich was sinnvolles für uns hydrazine konntest du ein grafen mitmachen ok grafen grafen ist da irgendwas da mit matematik und tabellen zu tun diamant grafen ja ich weiß was das ist ja was war das noch mal was mit einer darstellung eine darstellung ja danke grafen und titan hätten wir haben wir stickstoff ne wir haben schwefel schade sonst hätten wir einen titan dg rom machen können geil ich wollte egal egal wie kann man denn seine rakete so scheiße tragen die hand was war grafen nochmal schwarze zum verpacken kann es auch in der s entwicklung herstellen ja aber du findest du auch mittlerweile witzig was ja ja ich letztens bei david und jana gewaltt der mich der ist gar nicht verstanden so okay damit sollten bmw ja die wind turbine arbeite mein jung das kriegst du keinen lohn was soll das jetzt geladen werden also gehen die langsam mehr wenn ihnen die arbeit der druck gepasst gleich vorbei aber in der forschungsstation ist ex ach so wir haben ja gar keine energiequille außer das ding hier ja man merkt es einfach gar nicht weil die batterien einfach so krass sind ich war ja jeden scheiß tut mir leid aber das gemisch ist mein und ärger mich jetzt bitte nicht weil ich gemisch sage mich war ein das ist nicht wahr weiß dass gerade passiert ist als text nach der nicht und gar nicht ich erkläre es macht mich gerade so wütend erstens wollten die wieder von mir diesen einebenungsblock da machen ne ja oder ich hatte es in den müde ne er hat das in den müde zerrt er mich zurückgegangen und wieder auf das ding hat er mit den anderen kann ist da geklaut ja er hat die erste stückte scheiße noch mal beide jetzt in der stücktinger hingetan hat er alle nur sagen nun habe ich bei uns jetzt auch gebraucht für eine aluminiumlegierte das große ding für die für die windturbine kann ja genau wenn ich das gefühl es reicht nicht als Aspekt damit nein damit glaubst du ein zwei warte mal ich ich mache es 2 es 1 es ja okay das kommt dann an das ding hinten ran so glaubst du als ach 16 es reicht um so eine ding jetzt anzumachen äh für eine für eine ja für eine alien basis ähm ja nein doch ja schwanken meine meinung was soll das denn jetzt ich hab den zweiten qt rtg gefunden das ist meiner hi war der zufällig an dem rover nein er war in der höhle so ja aber wofür brauchst du denn noch ein zweiter für noch mehr strom kostet der zweite bauer so viel hm du hast ja zweite bauer so viel das sogar einen zweiten braucht nö überhaupt nicht der erste rechte körper aus also du bist aber gut getan dafür bist du jetzt tot was ich meine pflanzen die mich angegriffen hat äh warum aber okay also ist schon geil aber also ich finde es jetzt nicht so krass was ist das denn so wenn du weißt wie ich meine ja du hast du du denkst in einer ja doch ich sehe den nutzen aber aber nur darin dass ich ihn benutze das stimmt vielleicht und zwar und zwar ich hab's vergessen fick dich immer am anfang weil jetzt haben wir einfach drei qt rtg am anfang weißt du auf einer neuen Welt sind aber an sich aus so das einzige weißt du wie ich mein mhm ansonsten besser Platzverschwendung im Moment aber kann man mehr Sachen tragen so ich gehe jetzt los und töte Planeten äh mit welcher Sturmköhle äh haben wir uns da eigentlich immer inzwischen aktiviert äh nein ich nicht ich hab's dann gemacht und es war kurz davor ich hab's hat ausgereicht nö ach halt doch dein Maul als ob hier nirgendwo Aluminium ist als ob das Drecksding nicht ausgereicht hat bam ja mit den Batterien und so ist gar kein Thema wenn das Ding auch mal arbeiten würde welche Richtung ist das das sage ich nicht du machst doch jedes Mal leuchtfeuern das check ich eigentlich warum nicht also ich hab's halt nicht drauf bam oh mein Gott ich hab's vergessen diesmal sorry bro weiterhörter weiterhörter nein 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 was haben wir das gemacht ah da ist gut ein zweiter ins Arbeitlicht ich hab irgendwo muss ich verstecken ich hab Angst dass du das außerdem benutzt und wenn ich erzähle dann machst du das recht nein warte mal wie sie hatten das was das kann nicht sein hat nur noch drei andere alien station ist ein mond und novus nein 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 nur was ist okay wie klein ist die scheiße hier keine ahnung äh spocky ne nicht spocky spock beamlich hoch spocky bock spocky ah uuuu warum warum würde ich spocky sagen irgendwas triggert mein Gehirn alle Star Trogs seins töten mich wollen mich gar töten ne hab ich ja Star Trog gesagt ja wie Star Trog glaubt mir ja und wer guckt Star Trog oh nein ich weiß ja auch nicht was ich verstehe das heißt Star Trek dabei hab ich da noch nie einen Track gesehen und dabei heißt es auch in PSGO einfach set Star Trek mhm ja die Star Trog Fans freuen sich gerade bestimmt was ist doch nicht dein Ernst dass wir so liebe Leute sind und nicht eine Folge derer sind heißt es hier ist eine mittelgroße Windturbine soll ich die kann ich mitnehmen ne kann ich nicht nur auf dem Mittel auf dem Traktor und auf mittelgroßen Rover ja ich weiß es doch Jürgen nervt mich nervt mich doch einfach nicht ich Digga hier sieht die Landschaft aus wie Käse manchmal oder wie Käse wie der Lenny sagen würde ich weiß doch Kase ich hab nie Kase gesagt ey wer sagt denn Kale das sind die Leute die Böhne Böhne deswegen ist damals ich hab's ey ich muss in die Zimmer was willst du von mir ja ich esse grad ne Böhne ne was ne Böhne ah da heißt ich sie liegt in amitrum finde ich gut ich spreng's einfach in die Luft ne warte mal haben wir Kupfer hier? das ist starker Sprengstoff ah ok war's ey ich hab nichts zurück ah cool ey ich hab's einfach in die Luft gejagt krass gemacht für was würde ich daraus machen hab ich nicht Scheiße ey was ist das denn hier eine Frage als ich was gibt's hier ach ich hab Titanis gefunden ich hab grad sagen was muss hier äh soll ich Titanin mitnehmen ja klar und wir sind jetzt auf dem nächsten Planeten da ah da ne 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 da haben wir auf den Bergen und dann in den Höhen äh 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 okay äh 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 eine Palette kann man mitnehmen also das ist bis jetzt der gefährlichste Planet bis jetzt nicht jemanden gesehen hat für den ein anpassbares Hologramm ich bin gerade einfach in einem Dickdarm von dem Planeten oder im Blinddarm egal okay was hast du jetzt gefunden ach so scheiße Gott sei Dank was ist denn man kann ein Hoverboard mit einem Exotip machen ja aber man muss erst einen Quest vollfüllen dann kann man das erst bauen gut das wird wahrscheinlich sowas sein er aktiviere alle Mittelbasen spiele das Spiel zu Ende ja fast bis zu 32 kleine Kanister mit einer einzigen atmosphärischen Ressource was was hier ich habe ich habe einen Kanister einen mittelgroßen Gaskanister cool ah da kann man da klasse viel Sachen da speichern was bist du warte ich ich mach mal eher daran dann mach ich mal eher daran oder auch nicht dann halt nicht hä bist du dumm ich habe keine Ahnung wie das Ding funktioniert bahn 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 b Vollidiot. Auf den nächsten Platz können wir die Handelsstation machen. Was ist eine Handelsstation? Handelsstation. Also. Hab ich auch gesagt. Hast du denn verstanden? Nichts. Ach, dich jeder. Leichtflugzeug, cool. Ah. Cool waren wir. Warte, lass uns den extra kurzen Schredder machen. Naja. Aber erst auf den nächsten oder auf den übernächsten? Auf den nächsten. Oder auf den übernächsten. Okay, es geht. Ich hatte die genaue Anzahl für kleine Generatoren, mit denen es geht. Auf den nächsten Planeten geht es nicht mal mit kleinen Generatoren, da muss man schon Sachen hinbauen halt. Ich weiß jetzt, was werde ich hier erstellen. Ich gehe diesmal nicht auf die Plattform, das sterbe ich wieder nur. Ich gehe jetzt vor. Ich gehe jetzt aktiviert. Achso. Ich stelle die ganze Zeit außerhalb von Sauerstoff. mannermäßte den gesichtlichen repräsentieren grüchte die grüchte entdeckte die katholische domenheit überhaupt nicht sein in der Klinik 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 das heißt aber was kreisig vor der Klinik in der Klinik in der Klinik in der Klinik in der Klinik am Pappen hier wenn ich noch irgendwo an das auch immer mal Titanic Titanic jetzt hat man irgendwo an dass die Klinik oder nur was wir hier ach so dann nehme ich in der Klinik ich glaube beides klasse Titaniter ein bisschen oder müsste viel Wolfen mitnehmen aber wir müssen gucken brauchen auch noch oft wir können dann die Handelsplattform machen auf jeden Fall ach 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 das nächste schon hast du gesagt gell ja ja schade schade ist ja aus die schwarze salz stand nicht aus die schwarze tage black hearts leicht mehr dass das war ich auf klasse black arts reich ich habe ich habe einen ball gekraftet da kriege ich nicht der bringt uns nicht aber hat 4500 bits gekostet wieder bringt uns ich kann da war mit fußballspielen ja ja das lachst du scheiße in meinem keller link also in meinem kleid keine ordnung aber ich bin sich gewesen doch ich kann es scheiße überall ist blut doch ich habe es nicht getan wie werde ich sie los hat da jemand einen plan auf meinem sofa liegt ein toter ich bin es nicht gewesen und es ist auch nicht mein opa scheiße wie war es doch ich habe es nicht getan die werde ich sie los hat da jemand einen plan dann wir gehen haben irgendwas blablabla blablabla tiefgrüß ruhe bei metzger wir wollten auf jeden fall die person noch essen das war ja auch noch ja wir machen auch bald eine kollabo mit dem weil sie noch auf unsere e mail antworten die wir bald los schicken und raumschrift enterprise cool ich habe heute bei jana übernachtet ne ziemlich scheiße oh my god ja wie weit ist das beste in dem game gefunden ich muss den saustoffdank wegwerfen jammer ich komme ich nach dem Weg 해주zende mw in einem im payments alles gut ich hab zeit ja ist das ding noch mal keine ahnung so lang was also super nach kasselang nicht mehr wie heißt die scheiße ja ich muss ganz anders was meine ich mal gucken wie lange gebraucht nein habe ich nein 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 guck in meinen aufnahmen das war sogar schon letzte ganz am anfang habe ich gemacht dann habe ich mir selber gedacht es ist besser wenn du mir irgendwann auf den sack gehst auf glace oder so da fliege ich einfach hin und bau ihn ab das war auch mein erster gedanke ob smart wäre oder ein bb ich habe er an mc das gedacht da nehmen erzähle ich mich nicht lustig ich brauche kein witz war knapp knapp weiß ich so knapp jetzt geht es jetzt was auf was du meinst noch war knapp es geht es geht und einmal schaffen ich glaube es geht gar nicht aber ja es geht es geht es geht ja ich habe es nichts als nächstes mal okay okay zunächst mal ich habe jetzt einfach so greifen oh mein gott ich habe ich hatte gerade angerufen hallo hallo um wieviel uhr warum ja mal gucken ich glaube schon dass ich mir ein geheimnis gespräch schreibst du mal einfach weil ich kann gar nicht okay tschau aber dann zu später vielleicht habe ich ja schon vor aufgelegen als vielleicht gesagt habe nett also die professionellen das machen in eine aufgabe schneiden wir das jetzt raus da würde ich aber an dem ganzen spaß teilhaben wollen lassen halt haben ich kann nicht zählen habe ich gesagt es gibt nur vier es gibt sechs also ich dachte es kommt das letzte oh gott das ist nicht wahr jetzt ich habe sie niemals diese folgen jahren sagt karte 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 das muss doch gehen jetzt mit full speed natürlich geht es nicht ist wakap okku den normam mit der die hier nach schicke weiter original so nicht hier es hat sich zugehoben ist nicht mehr cool oder rugat daher soll ich an der falschen seite gemacht da bin ich dumm ja ich wusste dass es geht ja ich bin so gut ich sechs mal ich könnte bei formel 1 mal ein rover ist gesagt mal wann in welchem kontext habe ich mal gesagt wie einfach normal gesagt einfach als wort nein stimmt ja gar nicht also ja gott verdammt aber keine ahnung habe ich einfach so gesagt weil jetzt mal so und dann was habe ich habe gesagt weil sie auch nicht mehr also es sind wieder nicht zu klar klar kann du nicht erst aus ihr sagen du haben wir noch ein gläubiger die musik von aus von mir haben wir haben wir noch ein aluminium in der base hat mich vorhin schon gefragt nein also außer ich habe so übersehen er sei bis letzter habe ich jetzt dass ich selbst das letzte habe ich dafür verwendet um diesen große windturbine zu machen irgendwie gibt es lieber kein titanit was sind das für eine kacke ich war ein ganz planet kein titanit so war so einmal habe ich das gesehen habe mich ein einziges titanit bekommen aber ich habe auch nicht ganz lang geglaubt was bist du 32 kleine kanal ist dann mit einem einzigen atmosphäre zuletzt war schon vorgelesen reicht doch ich glaube das ist für diese automatische abbauen ich glaube ich nicht ich mir noch mal den text vor nähe danke wünschen weg das kann ich noch mal gesagt ich kann bei v1 mit machen mit dem ding hier durch jetzt extra in die ein aluminium zu finden und um 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 na vor um 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 da war der hat aber da geht es ich alle um so viel grad drehen nicht so gut drin sind die kabel scheiße aber das ist nicht wichtig let's go als exakt diesmal schaffe ich glaubst du an mich als ich schaffe ja 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 das ist mal schwer alter das schaffe niemals das schaffst du nie mal ja das einmal juli gut also ganz gerne probieren aber es wird nichts das wird nichts es ist nicht schlimm aber es ist dagegen tun ich bin ich bin gelehrt ich bin gelehrter ich habe schon einen master abschluss folgende ja okay dann lass einfach warte wie weit wissen du was meinst du mit den mit den stationen warte ich gucke auch kurz noch zwei stück ja dann ist das ja die endfolge dann macht kurz zu ende ich habe auch schon eine plattform gemacht wie das ist die endfolge also von dem plan ich bin gestorben krass gemacht ich kann ich dafür mann wolltest du wieder umgebracht hat so ein jahr weil ich gerade nachgucken geguckt habe was ist das für ein tümer bag und das ist die endfolge einfach von dem planeten was das für ein ball ja also kann er sich die fußballspielung es kann ich gelogen ich würde ich habe ich alle schaden ab scheiße wenn ich zweimal gestorben kloppten die anderen items aus von einer ersten leiche Prozent das Prozent ich war's im video ich muss doch noch drei aktivieren alle die mitte zählt ja gar nicht das war's nicht oh gott akkater äquator 3 äquator 1 äquator 4 ein besiegen quater ja okay wir quater 4 da haben wir das ist jetzt einfach unsere base schickt du hast sie noch nicht gemacht ich habe wie gemacht doch 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 natürlich deswegen ja meint ihr mittel ist der domenst und so besser wenn die seiten beide noch 50 prozent haben die stimmst du hast es jetzt mal wenn ich sterbe sind die einfach richtig angeknackt das ist auch dumm das ist das denn okay dann muss ich den ich habe gerade eben gelacht hat hat mich gewählt hepper keramik und okay wieder das aluminium ich breche ins essen auf nächsten planeten war äh dings ne was auf nächsten planeten war dings oder eisen ja ja aber da war du na klar habe ich irgendwo ein generat verloren ah da ist er doch nee oder nee so noch gar nicht über das alles alle machen so der geist ist mein gott sich hier kostet am pflanzen da ist euch noch irgendwo gemisch was hier irgendwo ein stein vollschirms objekt meine ich habe keine gottverdammte ahnung wo hier noch ein scheiß sex ding ist ein einer generator ist verloren gegangen gg an dem boy was für ein generator ein kleiner generator zu mitnehmen ist verloren gegangen als gestorben wird der tg nein keiner generatoren stehen schätten keinen herrn an die mann ehemalige 1 1 er ist weniger so gut der t-generator er gut die rt als normaler älter er doppelt so wenig weil es halt ein es ist und ein kleiner 2 erst also ich werde jetzt nicht enttäuscht von den dingern der ganze spiel strunkel einfach so 36 was sollen wir noch alles mitnehmen ich bereite titanit halt ich würde dir raten jetzt die kannte zu holen ja alle kann eh die handelskammer um mein gott habe ich gar nicht dran gedacht handelsstation ja trotzdem titanit wo war das auf der oberfläche einfach auf den bergen sowie beim ersten planeten kupfer warum sind ja als ein guter tg gar nicht mitgenommen ich habe weil ich nicht so viel platz habe im winter und soll alles für kleine generatoren auf brauchen wir haben bis jetzt nur eine einzige quelle titanit gefunden die war kleiner als mehr als der penis von lenny das ist aber schon eine ansage wo es jetzt gemisch abgehauen dicker achtiger jetzt hat es einfach weg tp die welt gehört hier krass da war jetzt schon die endfolge ja muss ich ein bisschen beeilen sonst kommen wir wieder auf die eine stunde wird es doch ist doch gewollt ihr wenn man die endfolge muss angehen oder nicht wollen wenn wir jetzt hier pausen machen bekommst irgendwie zur beste rückte peter dann neben der er jetzt ist schon 7 30 minuten und als das wir für die 20 minuten dann oder nähe wird 15 minuten da aber ich muss nur 8 minuten an der ex-screen mit fußballspielen von uns so in der rückwärts vielleicht 15 minuten einfach ich bin so langsam es können auch nur fünf minuten sein die wir dann spielen müssen hat ja auch kann es ja auch irgendwie zum anderen gehen was macht der denn der wirft bomben holy shit geht bei dir genau ja ich wollte gerade einen rassistischen witz bringen was ist denn das kann genau ich sagen warum sagst du nicht zum beispiel wie nur front an alle pakistan oder so oder das nun wird als ich war weh er ist sie gehört zu sagt es wäre nicht klar wenn du sagen würdest es war kein front ok ich sehe dann tot symbol wo bist du gestorben ja ich meine er ja wenn ich einmal runtergefallen weil ich gucken wollte ob der egal ich erzählt lieber nicht lassen hier müssen mega ausschießt an jetzt einfach leben hat er schon lang kein leben auf der oberfläche Prozent an ihr genau zu füllen als das mal mal gucken wie viel das hier bringt tatsächlich die forschungsstation neu befüllt äh ne gehen wir nicht mehr hin es geht vorher das ist einmal kompass aus so ach ne jetzt hat mich jetzt schon ab stopp warte wie kann ich das heiße wie ich das witzig finde ähm russi pfeffer ok barri aluminium und gemisch das ist halt aluminium ich liebe mich das ist nicht gut kinder tut das nicht was soll denn kinder essen sich lieben denn wir haben kurz er sich liebt das ist gegenweiter nein gegenüber alle die sich nicht lieben ganz logisch ganz einfach erklärt MrWissen lass es lieber sein wenn ihr kein Rassisten sein wollt und deswegen sind auch meine Kinder für Videos weil ich immer gute Mittel Gute Mittelverwerte weil gute Mittel wie ähm die Pharmaindustrie verkauft ja warte mal nicht gute Mittel wie hießen das gute Werte vermittelt gute Mittelverwerte ne war mir egal eben als erstes gesagt gute Mittelverkaufe ne nicht verkaufe gute Mittelvermittel zweimal back to back i6x the loser mach du das mal nach fett du schaffst dich einmal noch in diesem projekt du ich habe sogar auf aufnahme zweimal weiß immer noch nicht weil ich meine gell ne ne du sollst das auch wissen kannst du mal meine leichten damit ich ja auch nicht mehr dieses scheiße wohl habe dass er gestorben bin ne 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 wenn bleibt richtig lässt sich nichts anderes erzählen mir dass nächsten berst was kommt sich öfter an denn irgendwann hat denn die wohl ist nicht gesungen wie soll denn unserenGeologi oder närmann so schlechte verkauf wir tun die nach schnell Verkaufen die so auf ernst Was das mir heute der Janna gemacht hat Der hat mir Penis ins Gesicht gemacht Die haben gesagt Dass ich dabei wach geworden bin Und hat gesagt Ja ja ich hab das gespürt und so Das hab ich aber gar nicht Ich kann mich gar nicht erinnern Und der hat gesagt Dass ich beim Schlafen geredet hab Und er einfach geschrien hat Und vier morgens Hals, Maul Weil er FIFA gespielt hat bei ihm Der hat gesagt Ich hab nicht mal irgendwas Jetzt wieder for the ride Ne 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 Ja Janna aber Nicht David Ja Janna spielt for the ride Und wir haben alle Wir haben alle Ich und Janna Wir haben beide den neuen Die beiden neuen Charaktere in Dokan gezogen Außer David Und er ist so salty Er ist so wütend gewesen Ich hab's ja nicht gefunden Was? Ich kann aber nichts mitnehmen Ich hab's ja nicht Was hast du gefunden? Ich hab's ja nicht Sehr schön Kann sich mitnehmen Krass Eins kann ich mitnehmen Reicht eins? Nicht wirklich Ich könnte noch meinen Sauerstofffilter wegmachen Ich höre noch ziemlich viel Äh Du wolltest ja immer hart nehmen, ne? Ja ne, also Ich kann auch andere Sachen mitnehmen Wenn es die Sache ist Na nö, ich hab's gut Hab' ihr habt Eine große Quelle Ich nehme Ich mach mal die Sauerstofffilter weg Okay Also ich kann zwei Ja, weißt du hast ja eh Okay, ich nehm zwei Titanit mit Du musst hin, dass man Ein Harz Zwei Gemisch Nein, ich nehm Titanit mit Und kein Harz Deckt sich Kompass Tschüss, Sheppard Alter, wie krass ich bin Durch überall berg in oder außen Eitega Du Michael Lüneberger Eitega Wir schreiben einen Hit mit Kio und Quark und Milo Kietan Das war ein Bullion Jam Vielleicht kennt ihr ihn Schreibt doch mal in die Comments Äh, ist noch ein kleiner YouTuber Ich finde, er hat mehr Aufmerksamkeit verdient Ich habe überlegt, ob ich immer Pursche Also, äh Credits gehen drauf an Bullion Jam Lasst ein Abo und ein Like da Ich glaube, er hat sich auch für kurz Bei mir hat er letztens gefragt, ob wir ne Cola machen Und ich sage so Ist noch ein bisschen zu unbekannt Aber vielleicht irgendwann mal so in zwei Jahren oder so Ja, schon gut Dann muss man aber auch schon ne Cola ausgeben Mindestens Wenn nicht sogar ne Pepsi Oder eher ne Spezi Ich hätte gerne ne Spezi Ne Spezi Ähm Ähm Wenn er irgendwas klein hält Ich will den QT Atelier da nicht ran machen Ähm 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 Wo macht man noch mal Ähm Die Tanit In Masse Kann ich nicht mitnehmen Äh, wo bist du? Hier Aber warte, ich kann's mir merken, alles gut Äh, hol dir viele Verbindungen, okay? Ah ne, ich lass dir einfach den Rover Ich hätte markieren sollen, egal, wenn's so dumm bist du nicht Oder? Ich weiß nicht, für den Rover mir angezeigt Ne, ich mein nicht den Rover Der, den gleich hier bei der Alien Bay ist Äh, geh jetzt, geh jetzt nach Hause und guck dir Merk jetzt, wie die nächste Alien Base heißt, die ich jetzt aktiviere Ansonsten musst du dich alle durch Ja, dann bist du selber schon, wenn du's gleich nicht weißt, ne? Du hast den Ball runtergeworfen Ja Okay, ich bin da Äh, wie heißt die Alien Base, auf die du gleich gehen musst? Keine Ahnung, ich weiß, welches ist Äh, ich mach's einfach selber Ich brauchte jetzt die Generator nicht mehr Ich lass sie einfach hier und hole gleich das Ding Titanit Ich brauch's die scheiße nicht mehr Ja, aber ich hab keine Ahnung, ich wollte sie einfach Überlassen Was würd ich grad bauen mit Keramik? Keine Ahnung, was soll ich das denn? Ah, ja, genau Ah, ja, genau Okay, ich hole jetzt schon mal das Titanit Sehr schön, euch auch gleich Nee, brauchst du nicht Oh, du kannst machen, wenn du willst Ja, aber nicht dein Ich fahre mit dem Buggy rum Ja, ja, hast du Buggy oder willst du den hier einfach? Ich hab, ich hab einen Ah, geht Ich muss aber vorher noch was machen Bei mir Also bis jetzt fand ich die Titanit ziemlich seltener warm Oder ich hab auch einfach oft übersehen, weil es einfach aussieht manchmal wie Pflanzen Es hat so dieses grüne Stachelige, ne? Weiß ich doch nicht Es sieht aus wie, wie, wie guckt er in grün Nee Der Graf sieht Wohl näher wissen Also aus wie die Harz und statt dass so Röhrchen sind einfach so Stäbchen Ich kann auch ungefähr Guck mal aus Ja, stimmt Ja, nee, guck mal ein bisschen dicker würde ich sagen Ach, der Maul Doch Komm mal so ein kleines Stückchen dicker Dann bin ich zwei runtergekommen, aber das kann man mitnehmen Ah, da hinten ist es Also ich hab ungefähr acht Titanit Okay Okay Oder neun Wir haben neun, wir haben neun, wir haben neun, glaube ich hier Brauchst, brauchst du wirklich mehr? Hm Wär nicht schlecht 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 Dann hol ich mir noch da hinten Äh Ja, und ja Selbst wenn zur Not Hals ist nicht ausreichend, hätten wir noch die Handelskammer Aber wird ausreichend safe Naja, ich hab sogar zehn Ich hab sogar zehn dabei Ich hab sogar zehn dabei Ja, aber Wolfram noch holen Ja, nur zwei Stück Ah, hier hinten ist nur Oh, okay, hier ist so viel Titanit, Digga Echt? Ja, wenn du wirst, können wir zwei volle mittelgroße Lager mit dem safe Nee Ja, dann ein volles Bist du ganz ein volles? Ja, mach ruhig Das wär ein acht, ne? Ja Die hab ich schon Ich hab zehn Ich werd ein paar auf den Rucksack tragen und dann halt Ungefähr ein volles oder so Ja, okay Nee, ein bisschen mehr als ein volles Ich hab ja die meisten Dinger schon gepackt Es ist... Ah, ich dachte, ich war gestorben gerade wieder Oh nein Ach Gott Oh Gott Hier war's nicht... Oh, Norden war's vielleicht Ich jetzt prediktet, Habtiger und Schulz mit zehn Euro Scheiße Weißt, was hast du prediktet? Ich kann den extra... Ja, natürlich bin ich gestorben, halt dein Maul, du gottloser Husensohn Ach Scheiße, auf Dex Game einfach nur Ach Scheiße, auf Dex Game einfach nur So verdient Ja, aber man steht einfach, wenn man von der Stufe läuft Chillig Wie gesagt Vielleicht einfach nur Nee, verdient Achso Warte mal Wo sind wir jetzt hier? Ja Achso Ja Hier war Titanit Zack Soll ich mitkommen und dann auch fest abbauen oder Ich bin schon voll Schon längst Ich bin schon fertig, ich hab schon ein Ort gebaut Also ich könnte dir zeigen, wo richtig viel ist, falls du keins findest Ich will eins abbauen So einer bist du So geht ja auf den Sack, dass ich es gemacht habe und nur nicht ein einziges macht. Ich bin der bessere Spieler von uns. Scheiße, Mann. Ich habe eins. Ich bin heftig. Meine Fresse. Ich weiß, dass ich am Erstecken bin. Ich bin im falschen Ding gespawnt. Was? Ich gehe noch zum Süden. Nein, ich bin im... Ich habe keine gottverdammte Ahnung, wo soll man wissen, auf welcher Oberfläche unsere Aquator unser ist. Das ist doch behindert. Ah, ich erkennt man, glaube ich, an dem Muster. Warte mal. Ja, Gott, das habe ich mir jetzt jedes Muster auswendig erlernen hier. Also das ist Dave nicht. Das ist der Spaß des Spiels. Deine Mutter ist der Spaß. Aber nicht des Spiels. Nein, ich wollte Süden, aber dann bin ich gestorben dabei. Das heißt, ich war dann noch in dem anderen. Also mit Quator 2. Oder Norden. Ah, genau. Hier war Süden. Ich muss jetzt zum Aquator 2. Oder es war ein Quator 3, ich war ein Idiot. Nee, ich war ein Quator 2, okay. Alles bekannt. Falls ihr wollt, jetzt mal mein Aussehen in diesem Spiel. Hey, Digga, es kann nicht wahr sein. Schreibt mir in die Kommentare. Dass ich schwul. Mit ich meine nicht, ich bin da aus, deswegen stimmt er wahrscheinlich an dem Bug, weil ich das als Comments schreibe. Ey, ich sterb schon wieder. Welcher Gottverdammte Äquator ist es denn? Seiner? Bin ich da? Ja, bei mir. Tot. So ein Müllgame. Habt ihr jetzt diese Scheiße mitgenommen? So unbedingt. Oh, jetzt mal schmelzen die Kacke. Hast du auch das ganze Zink geschmolzen, Icex? Mhm. Smarter Junge. Hast du jetzt ein Titanit abgebaut? Was? Die Fläche hier können wir noch befüllen. Ja, ich habe einen Titanit abgebaut. Wolltest du nicht mehr? Das hier kannst du noch befüllen. Womit? Mit Zeug, was du mitnehmen willst. Wir haben Hartz, Zink, den Rest. Die vier hier sind die, die wir mitnehmen. Und dann das hier kannst du noch befüllen und dann bin ich noch irgendwas froh zu finden. Ja, das ist mein. Oder soll ich noch eine Dings mitnehmen? Eine was? Warte mal. Aber hast du noch Platz für Titanit? Naja. Ich habe noch ziemlich viel Platz. Achso. Achso. Da ist der RTG übrigens hier. Achso, ja. Geh mal her die Naht. Also das ist, glaube ich, besser, wenn man in der Tat trinkt. Ah, ich brauche noch so ein Sauerstoff-Ding. Also das hat man den nochmal gemacht? Glas. Quarz. Äh, Sauerstofffilter ist es nicht. Glastank. Sauerstofftank. Es ist sogar schon geschmolzenes, nicht Quarz. Es ist geschmolzenes. Glas. Na, ich doch. Du hast gerade eben Quarz gesagt. Nein, habe ich nicht. Doch. Nein. Wollen wir uns wetten um Center Shock? Okay. Dann entschuldige ich dir wieder zwei, aber tue ich diesmal nicht. Doch, tust du sowas von. Nein. Oh, doch. Ja, du hast zuerst Glas gelernt und dann Quarz. Und dann hast du wieder Glas gesagt. Na, wie gesagt. Nee, du hast Quarz gesagt. Kurz. Ne? Hab ich. Was können wir noch mitnehmen? Ketanid. Ja, aber ich meine, du hast sogar ein Grafen hergestellt. Alter, what the fuck. Du bist ja rich. Ja, ich hatte ein Hydrazin. Also viel Zink wollen wir glaube ich auch nicht. Okay. Oder? Ne, es ist eher wichtig, aber ich würde sagen, eher Zink als Dings, ne? Wir haben genug Zink. Wir haben eine ganze Palette voll Zink und noch an den anderen Dingen ein Zink. Ah, genau. Ja, okay. 2, 4, 5, 13. Achso, Acher und Titanit nimmst du über Inventar mit, gell? Hier nochmal. Äh, wir haben noch, wir haben noch dieses, den einen, keinen Space. Äh, was sollen wir da reinmachen? Ein mittelgroßen. Wo haben wir? Ach, eins haben wir immer noch, hä? Ein mittelgroßen Space haben wir noch. Warum? Äh, was? Oder hä? Wo kommt denn das denn jetzt? Wir haben noch zwei frei. Ne, alles gut, ich hab richtig, ich bin richtig alles gut. Ne, warte an meinem hinten war noch, war noch Sachen, ne? Hast du es nachgeguckt? Was? Ah ja. Wir haben doch noch zwei weitere frei, oder nicht? Alles gut, ich hab genau, richtig gezählt. Noch zwei dahinten. Hier kann noch einer rein. Ja, tatsächlich, ja, also haben wir keinen mehr frei. Wir haben jetzt genau, ähm, genau. Ich bin der selben Meinung. So, fehlt uns irgendwas. Klingt auch gerade nach. Lithium brauchen wir nicht. Warte mal kurz. Okay. Okay, ich bin ready selig so dann nehme ich hier noch mal titan mit titan sagt dann hier zink oder kann ich habe die ganze zeit nur 10 es hat noch mal ein bisschen nach als er kein platz mehr warte doch ich könnte hier unten was für was für gas haben wir nicht auf dem nächsten planeten habe ich gar nicht nachgeguckt meine ich ohne nachzugucken ja also wir haben wasser schon vom etan mindestens wir haben wasser stand seine fahne nur ja was aber sonne und wind sind hoch der scheiße dann können wir ich bin ready to go machen wir in der nächsten rolle ja natürlich eine stunde mein lebensziel hast du irgendwas was du machen willst ja dich küssen und hier auf dem planeten was die umarmen nach komm jetzt so hallo er und kein hallo 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 nicht mehr und er kam jetzt wird es nämlich alle zahlen weil er hat mir drei 2 1